Hallo und herzlich willkommen hier auf Schloss Asselsberg. Mein Name ist Andreas Weber. Ich bin seit 2013 bei den Nägelhls beschäftigt, seit 2015 nun zuständig für Veranstaltungen und Marketing für Schloss Asselsberg, aber auch für den Nägelhof in Büchenbach. In acht Tagen ist ja schon Heiligabend. Man merkt es ja auch an den Innenstädten. Die Menschen sind gerade alle unterwegs und kaufen Geschenke. Für diejenigen unter euch, die wenig Zeit haben, noch was zu organisieren, habe ich heute zwei Geschenkideen. Mein erster Tipp wäre ein Geschenkmutschein zu einer unserer Brunch-Termine hier auf Schloss Asselsberg oder bei uns im Nägelhof in Büchenbach. Hier haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit den Liebsten etwas Zeit zu verbringen und sich an unserem reichhaltigen Buffet zu bedienen. Mein zweiter Tipp sind unsere Veranstaltungen im Haus, zum Beispiel unser Magic Dinner oder auch unsere Grimmie Dinner. Hier finden Sie die Termine auf unseren Webseiten www.schloss-atzelsberg.de und www.nägelhof.de. Bei der jeweiligen Veranstaltung haben Sie auch einen Link direkt zum Vorverkauf des Veranstalters. Dann können Sie die Tickets auch noch direkt an Heiligabend ausdrucken. Gutscheine können Sie bei uns im Büro kaufen. Wir sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr für Sie da. Auch am 22.12. können Sie bis 18 Uhr bei uns vorbeikommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß beim Verschenken.